Lulu Leves Tanzreise endet erneut Willkommen zurück, Tanzfans. Heute dreht sich alles um das neueste Let's Dance-Drama in Show 10. Und ja, es gibt viel zu besprechen. Die talentierte Sängerin Lulu Leve musste leider zum zweiten Mal die Show verlassen. Aber sie hat eine wichtige Botschaft für ihre Fans. In dieser Episode erfahrt ihr, wie Lulu Leve trotz ihrer kurzen Rückkehr in den Wettbewerb das Beste aus ihrem Auftritt herausholte und welche emotionale Reise sie durchlebte. Von ihrem bedauernden Abschied bis hin zu ihrer erstaunlichen Einstellung zu diesem unerwarteten Wendepunkt, wir decken alles ab. Verpasst nicht die exklusiven Einblicke, wie Lulu Leve sich über ihre Instagram- Story an ihre treuen Anhänger wandte und was sie über ihre Erfahrungen mit den verschiedenen Tänzen zu sagen hatte. Außerdem werfen wir einen Blick darauf, welche Paare es noch eine Runde weitergeschafft haben und welche Überraschungen die Zuschauer erwarteten. Seid dabei, während wir die Höhen und Tiefen von Let's Dance durchleben und entdecken, wie Lulu Leve trotz allem mit einem Lächeln weitermacht. Lasst uns gemeinsam eintauchen und die Magie des Tanzes erleben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine Neuigkeiten aus der Welt des Tanzes zu verpassen, und hinterlasst uns eure Gedanken und Kommentare unten. Bis zum nächsten Mal, Tanzliebhaber!